Wir beginnen das offizielle Wien mit dem Hauptkampf des morgigen Abends. Leit Heavyweight Championship und European Championship über zwölf Wunden. Und ich bin als erstes im Kämpfer aus der blauen Fert zum offiziellen Wien aus Leiburg, Schweiz. Moanaf, Fekhacin. Das ist meine Überschreiber. Ja, ich möchte. Raja, Gokolev. Andrei Gokolev ist guter Buckser. World Champion, Europas Champion. Das ist Andrei Gokolev und Chemer. Mein Freund. Ja, ja. Das war's. 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 Das ist ja jetzt an den Seerischen Boxen, oder? Das ist der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Nein, das ist gar nicht jubelig. 79,2 Kilogramm. Offiziell verbrechtet von бокsern. Det ist der Mann, der Mann, der Europäer ist, der Mann. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Mieter und Mieter Zwang 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 Vielen Dank. Das ist so, Freunde. Wir sehen uns bald ein Kampf für die Europäische Wahl.